So Leute, guten Tag. Ja, ein kurzes Infovideo, weil, beziehungsweise ein Problem besser gesagt, was ich mit Skyrim HD habe. Und ich wollte euch mal vielleicht fragen, ob ihr wisst, wie ich das lösen kann, weil, naja, ich starte es mal kurz, dann werdet ihr es sehen. Ich habe damit enorme Probleme mit der Grafik, weil der meinen Boden irgendwie mehr oder weniger zerstört. Datenmüllanzeige, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, am besten seht ihr das selbst. Wenn ihr das selber poliert, dann könnt ihr da reinposten und wenn die Lösung irgendwo existiert, wäre nicht schlecht, dann ihr die dann auch posten würdet, weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Ich habe die Grafik schon auf so niedrig wie möglich gestellt und es hat ja keinen Sinn, noch weiter runterzustellen, weil ansonsten, das störe ich ja noch mehr. Und mein PC ist nicht allzu schlecht, also ich sage mal, ich habe Modern Warfare 2 für höchste Grafik gespielt und es hat einwandfrei funktioniert, ohne Ruckeln, ohne alles, wie ihr gesehen habt. Und ja, jetzt seht ihr das. Also schick sieht das nicht aus und das ist fast überall so, wo ich hinlaufe, außer vielleicht in Dungeons. Da geht das. Könnte ich auch mal was aussuchen und ja, ich würde es gerne vielleicht als Walkthrough spielen, aber so, naja, ist nicht das Beste, wie ihr sehen könnt. Und ich würde gerne vielleicht die Sachen ändern. Ich weiß nicht, ob das ein Texturen-Pack so macht oder was. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Und ansonsten funktioniert eigentlich einwandfrei alles. Vielleicht zwischendurch mal ein kleiner Ruckler, aber das ist halt akzeptabel noch und ja, ich suche gerade, da hinten ist eins. Da werdet ihr sehen, dass das in Dungeons halt anders aussieht, aber wie soll ich sagen? Ja, siehst du, da war so ein Ruckler. Aber das ist noch akzeptabel, würde ich mal behaupten. Ja, Gegner. Verpasst du diese scheiß Köter? Oha, hinter uns. Ja, so geht's auch. Schmeckt, aber wie gesagt, das sieht ein bisschen englaufe. Siehst du, alles funktioniert auch einwandfrei, selbst die Wölfe und die Haare von den Typen, aber es will einfach halt nicht funktionieren und ich versuche jetzt einmal kurz die Mine zu finden. um dann nochmal deutlich zu zeigen, halt, dass es auch im Dungeon 20 mal geiler aussieht, als der Boden hier. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich noch daran ändern soll und ganz ehrlich, ich würde es vernünftig spielen, weil als Walkthrough wäre es schon richtig geil, weil es auch sehr lange dauert, viel Wut bestimmt mit sich bringen wird und sehr lustig sein. Achso, steht ja auch noch einer. Ah, noch nicht ganz, aber okay. Goodbye. Na, ich nehme mal sein Zeug mit. Und wenn man das hier irgendwie regeln könnte, jetzt kommen wir mal da rein. Püü. Ja, wenn es nie abstürzt, das stürzt auch recht oft dadurch, glaube ich. Weiß nicht warum, aber, naja, Abstürze hatte ich bis jetzt in den Spielen auch noch nicht. Ja, jetzt sehen wir. Ah, nicht ganz. Es ist bis zum Rande, aber ansonsten, hier funktioniert der Boden komplett. Also nur halt draußen irgendwie nicht und ich verstehe nicht warum. Oh, nein. Wollte ich schon sagen. Ah, hier auch Fehler. Also es muss irgendwas mit dem Boden sein, weil... Ist da jemand? Nein, ist keiner. Nein, ähm... Ja, was soll man... Ich fasse es einfach nur, weil es funktioniert an sich alles, Hals, Maul. Ach, das war krass. Ja, das war einer verbessert. Ja, ich glaube ich gerade nicht, ja. Lass es dir schmecken. Ja, das hat dir gerade mit dem Tod gesprochen, aber das funktioniert ja. Ja. Was soll ich noch großartig dazu jetzt sagen? Ganz ehrlich. Ich... Ich finde es halt ein bisschen scheiße. Weil alles funktioniert. Guck. Nur dieser scheiß Boden nicht. Voll in den Sachen. Und ich will es halt hinkriegen und... Ah, ein Topf leer. Ein Topf leer. Ja, und es wäre nett, wenn ihr mir dabei helfen könntet, weil... Sonst wird das wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, was ich auch daran verändern soll, weil ich spiele schon auf den niedrigsten Einständen. Ich werde auch meine Sachen posten, wie mein PC funktioniert und so weiter. Und... Ja. Also meine Daten vom PC. Und... Mal gucken. An sich darf das funktionieren. Wie gesagt, nur eine Raw 4.2 habe ich auch gepackt. Und das auf HD und das auf komplett HE und... Ja. Und ja. Naja. Ich spiele es noch ein paar Sekündchen. Dann könnt ihr vielleicht noch sehen. Was passiert ansonsten. Hm. Nein. Ah, hier noch irgendwas. Und siehst du... Sie sehen und sieht, dass die Texturen alle... Texturen alle recht geil aussehen. Ich spiele es auch auf HD. Und deswegen wahrscheinlich voll gut und so. Was? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nichts. 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 Ja. Special Move. Geht auch. Es geht auch alles so. So. Man kann das Sheet-Fans öffnen. Das bräuchte ich nicht benötigen. Aber... Zerstörung. Flamme. Funken. So. Das ist... Das ist an sich recht geil, das Spiel. Weil... Und hat halt sehr vielfältige Möglichkeiten. Ja. Truhe. Da muss ich hin. Ja, der lebt nicht lange und den verkuckeln wir mal kurz. So geht's auch. Meine FPS-Zeige zeigt auch ganz ein 60 an. Ich finde, das ist... Schon etwas komisch dann letztendlich, dass es nicht funktionieren soll. Der Boden brennt. Yo. Truhe öffnen. Ja. Oh, das ist doch mal schick. Räuchte ich... 60er-Wert stand da gerade. Eintrittsalien. Habe ich doch. Also räuchte ich Fass, Pilze, nö. Hellsehen, ja. Dolch, unnötig. Gold, 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 Gold. Goldbeutel und Sack und Sack. Die suchen Salz. Kann man immer gebrochen. Ja. Noch irgendein Sack. Apfel, Sack. Ab Tomate, Sack leer. Großer Sack, Apfel, Gott. Unnötig. Nur wie zu aufschließen, brauche ich nicht. Da ist nichts drin. Ich habe es schon mal gespielt auf PlayStation 3 und deswegen hat es mich dafür begeistert. Hat es mir auch besorgt, aber... Tja. Das war alles. Ja, das war eh nicht. Guck. Hallo. Oh, oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Kein Mana mehr. Sollte ich vielleicht die Waffe wechseln? Fein, yo. Ich nehme einen Eisendolch. Ho. Im Traum nicht. Streitkolben ist aber ein Händiger. Von daher. Skippt ihr gleich. Überraschung. Ja, so kann man auch sein Special Move anwenden. Bandit Dietrich ist gustig. Gut. Sonst ist der Rest scheiße. Jo. Damit beende ich jetzt noch die Aufnahme. Ich wünsche mir sehr viele Antworten. Ich wünsche mir eine Lösung. Damit ich dieses geniale Spiel auch spielen kann. Ansonsten muss ich mir wahrscheinlich die billige Version holen. Und das ist natürlich asozial, wenn ich gerade... Ja, die will ich noch killen, ja. Komm her! Komm her, Magie. Obwohl. Nein, Objekte. Bücher. Hellsehens, Vermisker wecken. Magie. Zerstörung, Flammen, Funken. Ich glaube, Beschwörung. Kann später machen. Das gucke ich mir erst mal an. Was auch lustig ist. Jagdbogen, Schick, Geld, Eisendurch, ja. Eisenpfeile vielleicht noch. Ja, ansonsten gibt es hier nichts Besonderes mehr. Kommt sieben. Ja, dann... Viel Erfolg beim Raten, für auch immer. Haut rein und macht's gut. Wir sehen uns auf der Seeing," die triple riesige cylinder nicht mehr amazed. Wir sehen uns hierinci indicatorieren. Ja, das ist der Trauma. Ich sage mir. Wir sehen, Wir sehen uns hier lassen. Abangehen wir nicht.